Worauf achtest du bei deiner Arbeit quasi? Ich glaube, das Fleiß ist schon mal ein Punkt, die zum Beispiel auch auszeichnet, dass die einen Beitrag leisten wollen. Was heißt, ich will wo was hingeben. Ich hatte mal das Glück, so jemanden wie Brad Pitt bei der Arbeit erleben zu dürfen und der war zum Beispiel, man denkt so, die sind dann unheimlich spoilt und wird irgendwie jeder Kaffee hinterher getragen, aber das ist genau das Gegenteil. Der war die ganze Zeit nur am Set. Bei Inglourious Basterds. Ja genau, bei Inglourious Basterds. Und die sind unheimlich konzentriert und immer für die anderen da. Viggo Morton sind mich auch erlebt. Wenn man denen zuguckt und sieht, die haben keine Allüren. Die sind einfach super fleißig, reißen sich den Arsch auf, sind für dich da als Kollege. Ich fand zum Beispiel total irrend an Brad Pitt, ich habe mir natürlich in die Hose geschissen, als ich dem begegnet bin. Wir sind uns vorher im Restaurant begegnet und dass er mir aber einen Teppich ausrollt, damit ich eine Chance habe, mit ihm auf ein Niveau zu kommen, habe ich gedacht, das ist cool. Das Einzige, was der Schauspieler erlebt, ist harte Arbeit irgendwo am Set. Also, dass man so ein bisschen, wie ihr das ja auch anbietet, die wahre Welt reinschnuppert, um zu sehen, was da wirklich abgeht und das nicht Ryan Gosling in Blade Runner, den schon erwartet, wirklich durch Universen fliegt und so, sondern das ist alles nur Fake. It's a Fake World. Deswegen, glaube ich, ist wichtig, dass man da so ein bisschen die Realität reinzieht. Es gibt immer so viele Leute, die reden so negativ. Nein, was willst du denn da? Sondern Leute, die den eigenen Traum unterstützen, sollte man sich suchen. Ja.